Hallo meine Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Prison Architect. Ich wollte eigentlich, als ich mir so ein bisschen angeschaut habe, was geht so die letzten Tage, beziehungsweise was habe ich so die letzten Wochen aufgenommen, dachte ich mir so, hm, eigentlich wäre mal wieder Zeit für eine Runde an Epic. Aber da habe ich das Spiel gestartet und der Spiegel, nein der Spiegel ist Gott sei Dank nicht weg. Also ich glaube, wenn wir irgendwann mal Skype, Skype, Steam, fast dasselbe, wenn wir Steam irgendwann mal den Speicherstand von UnEpic löscht, ich glaube, dann muss ich diese Wohnung hier, in der ich wohne, erstmal kernsanieren mit den Fäusten. So, wir wollen jetzt erstmal hier eine Buchhaltung freischalten, ja, dann war das ja gar nicht so schlecht, weil ich so viel Blödsinn erstmal gelabert habe. Aber dann holen wir uns den Buchhalter, beziehungsweise die Buchhalterin und dann können wir eigentlich auch mal aufmachen, das Moped, ne? Haben wir hier alles fertig, alles gut, hier ist ja alles so weitestgehend zu. Übrigens, das haben wir auch, die für sehr viel Freude gesorgt hat in euren Augen. Finde ich gut, ich finde das super, wenn ich euch in irgendeiner Weise amüsiere. Brauchen jetzt aber noch ein paar mehr Tische, nein, keine Tür. Braucht ihr eine Tür? So, da ist, ich glaube, vier Stück, vier passen immer auf einen. Wie viel kommen wir momentan nehmen? Zwölf. Ja, gut, dann machen wir noch einen, aber dann ist Schluss. Dann haben die erstmal was zu sitzen, dann können die erstmal da was zu essen haben. So, was nehmen wir denn hier? Wir wollten eigentlich, warte mal, das Beruf, die Alte haben wir schon. Den Hof haben wir. Ich brauche noch mehr Wachen eigentlich, ne? Weil ich weiß ganz genau, dass die Alten erstmal schön randalieren werden. Ich hoffe, dass der Persefeier, den ich mir hier an den Tisch gelacht habe, da unten hin, guten Boy, dass der hier nicht so Faxen macht mit denen. Was sollte der Faxen machen mit denen? Muss leider ein bisschen ausrasten. So, ich werde jetzt hier noch ein bisschen nix machen, weil geht nicht. So, was ist passiert? Jawohl, guck mal, hier haben wir noch her. Wo ist die Buchhalterin? Tau, wat? Was ist los? 1000 braucht die? Ja, pass auf, wir machen das jetzt aber folgendermaßen. Wir machen jetzt... Ich muss gerade sagen, machen wir hier miese oder wat? Ne, komm, wir machen jetzt hier mal auf. Wir holen uns jetzt mal... Was ist der Unterschied zwischen... Ah, ich wollte gerade sagen, Verbrecher und Ganoven. Eine Auflistung der Alkathorien, aha, aha. Mhm. Holen wir uns erstmal... Was ist das denn hier? Ein Ganoven. Ja, aber was ist der Unterschied zwischen Ganoven und Verbrecher? Nächste Einlieferung. Komm. Wir holen jetzt erstmal vier. Ja, wobei vier pro Tag, das ist erstmal gut. Das läuft bei denen. Du kannst halt erstmal nicht übertreiben. Ach so, ah. Jetzt verstehe ich es. Ein Ganoven ist also niedriger. Ach so, ja, gut. Easy peasy. Daran sollte jetzt nicht liegen. Dann mache ich das jetzt erstmal die nächsten zwei, drei Tage. Wie viele Mitarbeiter habe ich denn jetzt noch? Noch eins, zwei, drei, vier, fünf, zwei, zwei, eins. Brauche ich zwei Köche? Ich brauche schon zwei Köche, ne? Ja, ich denke auf jeden Fall. So, ich habe mir im Übrigen, kleine Anekdote dazu. Mir hat man ein Bild geschickt von jemandem, der sich wegen mir extra Prison Architect geholt hat und momentan ein bisschen viel zockt. Aber ja, warum auch immer. Und auf jeden Fall hat mir die Person einen Viewer, eine Viewerin, hat mir ein Bild geschickt, wie ihr Gefängnis aussieht. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, also ich bitte nicht, das ist, das war auf jeden Fall total übertrieben. Dagegen sieht meins aus wie so ein kleines, süßen, keine Ahnung, Provinzgefängnis. Es ist ja eigentlich auch ein Provinzgefängnis, aber dagegen sah meins halt mega lächerlich aus. Und, äh, erstmal ja, schöne Grüße, wer sich da wiederfindet. Und, achso, ja, ich wollte ja eigentlich den Tagesplan mal hier machen. Warte mal, hier gab es da jetzt den Tagesplan, genau. Schlafen. So, dann wird erstmal zwei Stunden geduscht, weil, ist so. Dann wird erstmal, kriegen die kein Frühstück? Ne, kriegen kein Frühstück. Frühstück stinkt. Niemand braucht Frühstück. Wobei, ich sag's ja immer wieder, Frühstück ist die wichtigste des Tages, aber die schlafen eigentlich viel, viel zu lange. Ich hab aber auch kein Geld. Oh, warte mal. Oh, ha. Ich bin doch dumm, ich kann mir doch hier einen zweiten... Was ist hier? Bauer, eine Ambulanz. Was ist denn? Eine Ambulanz? Psychologe. Aha. Wartung. Reinigung. Vorarbeiter. Zwei Hausmeister. Gärtner. Hm, ne. Besucherzimmer. Drei Besuchertische. Gemeinschaftsraum. Bildertisch. Zwei Fernseher. Das ist gar nicht so schlecht. Aber, was ist das denn hier? Eine Ambulanz. Zwei Ärzte. Ja, doch. Das nehmen wir mal. Zack, Manni ist im Kasten. Da brauchen wir gar nicht so viel Sorgen zu machen. Ich dachte mir hier... Zack. Ich dachte erst mal hier, ich könnte ein paar Probleme haben. Aber so... Passt das? Ach, das passt nicht. Ach, geh weg. Gut, aber erst mal hier noch. Können wir auf jeden Fall zwei Abfalleimer hinstellen. Das ist wichtig. So, und was wir jetzt machen können, ist... Äh... Uh, warte mal. Das kann ich hier elegant benutzen. Um hier jetzt die Ambulanz zu bauen. Warte mal. Bevor ich hier irgendeinen Blödsinn mache. Ich gucke erst mal, wie viel... Warte mal. Wer braucht die Ambulanz? Die Ambulanz. Du musst erst Gesundheit freischalten. Mäh. Gut. Gesundheit kommt. Zack. Okay, so viel dazu. Aber wir können schon mal den Raum bauen. Innen liegen Krankenbett. Das ist ja fast schon lächerlich. So. Da wir aber so ein bisschen... Ja, wir wollen ja die duschen. Die Dusche erweitern wir nach oben nachher. Ja, komm. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus wie eine tolle Ambulanz. Dann haben wir das schon fertig. Eine Kapelle. Das ist neu. Anhörungsraum ist auch neu. Einlieferung. Hier werden dann eine... Ich dachte, das ist hier die Übergangszelle. Oha. Okay. Kann die auch noch nicht. Aber... So. Dann haben wir noch... Dann brauchen wir noch eine Tür. Die kommt dann hier rein. Dann passt das auch. Ob die das stört, dass die keine Tür im Duschraum haben? Ich meine, wir haben hier kein gemischtes Gefängnis. Aber... Na ja, wobei. Man hört ja immer Sachen aus Gefängnissen. Sehr gut. Oh ja, Versorgung. Versorgung ist natürlich wichtig. So, da lunst dann mal so ein Kabel rein. Wann kommen denn meine ersten... Freunde? Wann kommen sie denn? Ne, da oben. Neun Stunden. Okay. Komm, wir machen hier ein bisschen so. Wir machen hier mal so ein bisschen hier den Hof schon. Materialien. Gras. Guck mal hier. Guck mal. Ah, ne. Warte mal. Ich wollte ja erstmal Gehwegplatte. Genau. Hier. Ich wollte ja... Ich will ja erstmal hier... Dass die hier ja überall hingehen können. Vernünftig. Zack. So, dann machen wir hier... Machen wir hier so ein bisschen Gras. Machen wir den mal ein bisschen schön. Wann, soll man denn den Sandkasten bauen? Das wäre süß. Oh, guck mal, wie schnell die jetzt machen hier. Die Lemminge. Ah, das ist so schön. So, was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist mindestens noch eine Wache. Patsching. So. Und... Ja, der Rest reicht erstmal. Eine Wache, weil Wachen... Ich will einfach nicht wieder die gleiche Scheiße haben wie das letzte Mal. Letztes Mal war das alle so kiki-kacke. Da haben sie einfach mir immer die Scheiße aus dem Leben gehauen, ey. Das war immer richtig heftig. Die brauchen hier kein Licht. Ah, wobei. Ein bisschen Licht. Guck mal hier. Wo ist denn hier Licht? Guck mal ran hier mit dem Licht. Wo ist denn hier Licht? Lampe. Ach, jetzt kann ich die Raum... Ja, jetzt haben wir hier die Ambulance. Ambulance. Innenliegen. Krankenbett. Ja, da muss nur Ärzte, ne? Gut. Machen wir... Leichenbare. Auch nicht schlecht. Krankenbett. Komm hier. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. So. Passt. Wir brauchen jetzt zwei Ärzte. Zwei Ärzte. Du kriegst erstmal... Du kriegst erstmal einen Arzt. Wollen wir nie übertreiben. Psychologe kann ich mir noch nicht leisten. Aber ob man jetzt erstmal bis hier in vier Stunden... Die Action geht. Wollen wir jetzt die Tür auch... Ach, die Tür geht zu, wenn die Leute kommen. Genau. Habe ich hier eigentlich eine Gefängnistür? Ja. Habe ich. Hier ist es ziemlich dreckig. Ich kann mir aber... Das gibt noch kein Hausmesser. Die alte kann ich mir auch noch nicht leisten, ne? Nö. Macht aber nix. Wobei man nicht mehr... Ja, hätte ich mir die letzten... Äh, egal, 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 egal. Passt. Kriegen wir hin. Kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Und dann wird rasiert. Sage ich hier. Dann werden die richtig in die Mangel genommen. So. Dann könnt ihr mal sehen, wie das hier ist. Das ist hier nämlich kein Ponyhof. Das ist hier kein Gefängnis für leicht erziehbare Kinder. Das ist der Shit hier. Das ist Guantanamo Bay. Ich sage dir, wie es ist. Ja, zwei Stunden. Können Sie ruhig kommen. In zwei Stunden können Sie ruhig kommen. Was ist hier? Personalraum. Ja, Personalraum können Sie haben, wenn Sie lustig sind. Warum brauche ich eigentlich... Warum brauche ich eigentlich hier so viel Abfall? Wir machen hier mal Export. Da kommen Sie. Dann kommen meine Leute hier und machen erst mal schön Randale. Was ist hier eigentlich... Wo kann ich eigentlich... Ach, Einsatz. Ach, dann muss ich erst da forschen. Ach ja, stimmt. Da war ja was. Ach, guck mal. Ach, schaut euch das mal an hier. Traumhaft. Ich hätte meiner Jugend gewünscht, ich hätte so einen Rasen vor die Tür gehabt. Ich hätte als Kind wahrscheinlich ins Gefängnis gehen sollen für so einen Rasen. Aber nein. Sie kommen. Ah, das ist jetzt cool. Der ist geil. Der Gefängnisbus. Der ist neu. Weil nämlich früher war das kein Gefängnisbus. Früher war das wirklich ein ganz normaler Truck, der die dann halt so mitgenommen hat. So, hier wird noch nicht aufgemacht. Vergiss es. Überhaupt nichts aufgemacht. So, ich könnte hier ihren Scheiß machen. Warum habe ich eigentlich diese Tür? Verstehe ich nicht. Uh, 2000. Money. Freizeit. Ja, noch ist Freizeit. Aber, Freizeit heißt nicht, dass die machen können, was sie wollen. So, Buchhalterin. Block. Warum ist das blockiert? Zack. Kohle. Buchhalterin. So. Was habe ich jetzt freigeschalten? Jetzt kann ich... Ah, hier. Warte mal. Ich muss jetzt mal Psychologen machen. Weil der Psychologe... Stelle einen Psychologen ein. Der braucht natürlich wieder ein Büro. Ach, dieser Reudige. Egal. Machen wir... Hier sein Büro. Was habe ich denn hier gesagt? Warte mal. Lass mal kurz in die Plane gucken. Was war der denn hier? Das ist 6x6. Genau. Der macht zwar 36. Aber so können wir dann hier... Nochmal zwei Büros bauen. Warum kann ich die nicht bauen? Achso, weil der blockiert ist. Hm. Okay. Gut. Ansonsten kann ich hier erweitern. Machen wir bis hier. So. Ja. Chilt euer Leben. Mach hier ja schon wieder zu. Warum baut erstmal hier unten das hier fertig? Dann kann ich nämlich sagen, das hier wird... abgerissen. Nee, nee. Hallo, 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 hallo. Alles gut. Oh nein. Oh nein. Holt sie. Holt sie wieder. Ja, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Baut das jetzt da unten zu, endlich. Oh nein. Boah, verdammte Axt. Baut das jetzt zu. Ich stelle auch nochmal eine Wache ein. Ist mir scheißegal. Ah, fucking finally. Was ist passiert? Ich, Bauer, habe genau das gemacht, was ich eigentlich hätte nicht machen sollen. Und zwar, da war es aufgemacht. Aber ist nicht schlimm. Äh, ja komm. Der Mülleimer macht das da fest. Gut. Komm, der kriegt ein dickeres Büro. Und hier kommt, ja, keine Ahnung. Mache ich auch noch irgendwas rein. Kann auch nochmal ein Büro sein. Was ist das denn hier? 7 mal 6. Ja, easy. So, dann kommt hier nochmal was rein. Machen wir daraus noch ein Büro. Und dann passt das auch. So. Was wollte ich tun? Ähm. Hier zumachen. Das ist 6. So, dann machen wir mal hier so. Wie nicht genügend Geld. Achso. Was ist das denn hier für einer? Ein Arzt. Ja, komm hier. Du kannst die Tür aufmachen. Normal, offen. Na, ich will die nicht verriegelt haben. Weil, wenn da einer irgendwas will, der kann das haben. Haben die jetzt den Raum gebaut? Oder warum bauen die denn nicht? Ach, die kommen da nicht dran. Ah, ja klar. Die kommen da natürlich nicht dran. Was wird das denn? Ach, das ist Zement. Ich dachte gerade so. Was bauen die da? Leck mir am Arsch. Noch ein bisschen Strom. Noch ein bisschen Strom da rein. So, hier. Wie ist der Raum jetzt fertig? Achso, ja. Hier zumachen. Wie? Ich hab nicht genügend Geld. Dann geh da außen rum. Kannst du da außen rum gehen. Achso. Ja, ist egal. Gut. Lass mal's. Ja, wartet. Einzelhaft. Ja, Einzelhaft gibt es nicht. Baldige Entlassung. Ah, das ist wahrscheinlich dieser komische... Was machst du da? Was machst du da, Arzt? Du gehst jetzt hier hin. Ach ja, komm. Lass den da rein. Der will wahrscheinlich den Typen verarzten. Genau. Achso, der bleibt da drin, weil der sonst Stress macht. Ich verstehe. Warte mal, drei? Wieso nur drei? Wieso nur drei? Wieso? Und ich eigentlich... Naja, egal. Passt schon. Und warum krieg ich nur... Warum hab ich so viele Ausgaben? Einnahmen? Weil ich wahrscheinlich so viel Personal eingestellt hab, ne? Hm, hm. Na, egal. Läuft trotzdem. Was ist das denn hier? Was ist hier los? Hab ich hier die Planung noch, oder was? Hä? Ach, wie auch immer. Ach, der ruht. Ah, ja. Haha. Das kann ich machen. Ich kann das hier zum Ruheraum der Wachen machen. Das ist eine sehr gute Idee. Und dann wird eskaliert. Genau, weil die pennen nämlich jetzt... Der pennt ja auf dem Gras. Wollen wir mal hoffen, dass es jetzt nicht allzu kalt ist. Und die Zeit kann mal so ein bisschen schneller jetzt hier gehen. Die pennen da. Eins, zwei. Wo ist der dritte? Was ist denn der dritte? Und die schnarchen? Ich glaub, ganz leise. Wie lustig. Das ist eine interessante Idee. Das ist eine nette... Boah, die Mülltonnen sehen aber auch riesig aus. Hm, Schinken. Boah, wie nah kann man denn bitte zoomen? Was ist das denn? Holy Monkey. So, was ist denn hier? Zwei Ärzte. Ja, kann ich mir grad so ein bisschen schlecht leisten. Ansonsten. So, das ist gebaut, das ist gebaut. Da ist noch einfach keiner drin. Ich könnte eigentlich auch noch mal eine... Warte mal, warum mache ich mir eigentlich keine zweite Subventionierung? Was ist hier los? So, was ist hier? Zellenblock A. Ja, nehm ich doch. So. Und jetzt kann ich auch hier wieder bauen. So. Komm ran. Komm ran. Ich mach hier die Wand. Dann kommt... Hier eine Türe. Und da eine Personaltüre rein. Und dann läuft das. Hör mal. So, wo ist das denn hier? Anhörungsraum? Nein. Erst mal ein paar Büros wollte ich noch bauen. Wo haben wir die denn so? Duschraum, Kantine, Küche. Personalraum. Komm hier. Größe passt. Breites Sofa-Getränke-Automat. Machen wir sofort. Kommt sofort. Bin ich denn behindert? Wo sind denn die Büros? Jetzt schreit ihr da. Da sind die Büros. Bin ich doof? Da. Ach, Jesus. So. Jetzt kann es hier mal ein bisschen langsamer gehen. Wir sind jetzt hier nicht bei den Hottentotten. Bisschen langsamer. Bisschen Zeit muss es jetzt hier geben. So, Gehwegplatten muss ja alles schön sein. So, wir brauchen die. Wir brauchen ein breites Sofa. Ja, sollen sie kriegen irgendein Getränke-Automat. Was ist der denn? Daneben. Kommt hier in die Ecke. Weißt du, wie ich bin? Weißt du, wie ich bin? Die kriegen sogar hier einen Fernseher. Pass auf. Hier. Zack. Kriegt er sogar einen Fernseher. Könnt ihr ein bisschen Bill Cosby-Show gucken. Oder weil die Leute da auch immer gucken mögen. Zack. Dann machen wir nochmal zwei Büros draus. Da haben wir auch ein Leckerchen. Zack. Zack. Noch zwei Stühlchen. Was willst du da oben? Ach so. Die Gäste kommen. Ach, guck mal. Da ruht sich der Erste auch schon aus. So, Zellenblock. Was war denn hier jetzt mit Zellenblock? Ah, jetzt kann ich auch hier Psychologe. Ach, habe ich schon. Ach, jetzt kann ich auch hier die Ärzte nehmen. Mhm. Ja. Psychologe. Zack. Und noch ein Arzt. Und da kommt die Kohle wieder. Da geht sie wieder rein. Was fehlt denn hier noch? Ach, der Aktenschrank. Okay. So, was ich auf jeden Fall brauche, ist Wartung. Wartung. Immer wichtig. Weil die Leute müssen jetzt hier anfangen, Dinge zu tun. So, ich kann jetzt dauerhaft immer weiter Leute holen. Aber ich würde sagen, das verschieben wir auf die nächste Folge. Wir speichern jetzt hier nochmal so ein bisschen. So, grob speichern. Zack. Und ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Ich hatte wieder eine Menge Spaß. Ich stelle mich an wie der letzte Iltis. Aber das ist nicht schlimm. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Und in dem Sinne. Habe die Lehre. Ja gut, da muss die Küche noch dran. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ja, ich habe... Ja, die Forschung muss jetzt langsam tatsächlich abgeschlossen werden. Dass wir hier...